Fake-Knoll Artis ist ein waschechter holländischer Schäferhund, der sich vor allem zwei Dinge in seinem neuen Zuhause wünscht. Erstens viel Beschäftigung und zweitens viel Liebe. Er ist leinenführig, kennt die Grundkommandos und geht für sein Leben gern spazieren. Artis hat leider noch nicht gelernt, alleine zu Hause zu bleiben. Mit liebevoller Konsequenz und etwas Übung klappt das aber auch bestimmt schnell, denn gelehrig ist Artis auf jeden Fall. Mit wem darf der Junge Rüde in Zukunft die Welt erobern.